Akamatsuba Otsuka, 45 cm, weiblich Nisai. Otsuka und Akamatsuba wären ja ziemlich groß. Sehr viele über 80 cm oder andere 80 cm, also wenn ihr da Interesse habt. Das ist ein guter Fisch und eine gute Möglichkeit zum Einstieg für Akamatsuba. Otsuka sind in Japan bekannt für diese Fische, für Asagi noch Kiyotsuri. Chagoi macht da ab und zu mal einen schönen Schober. Kuyaku hat er jetzt noch angefangen, also schauen wir mal. Sehr sympathischer Züchter, also hat er auch sehr gute Fische.